Schlagabtausch im Nordduell, vier Tore bei Wolfsburg, Werder In einem abwechslungsreichen Bundesliga-Nordduell hat sich Werder Bremen am Sonntag den ersten Auswärtspunkt der Saison gesichert. Der VfL Wolfsburg, zuletzt im Pokal gegen Leipzig mit einem Ausrufezeichen, stoppte mit dem Remi zumindest seine Liga-Negativ-Serie. Von Matthias Heydrich Werder Bremens Marvin Duksch, siebter, eröffnete mit einem Freistoß-Traumtor die Partie. Watzlaff Zerni, 37. und Kevin Paredes, 59. brachten die Gastgeber zwischenzeitlich auf die Siegerstraße, ehe Raphael Borre, 65., den 2-2-Endstand herstellte. Ein gerechtes Remi Allerdings wäre in dem offenen Schlagabtausch für beide Teams mehr drin gewesen als ein Punkt. Wolfsburg dürfte sich nach zuletzt drei Liga-Niederlagen in Folge zumindest wieder über einen Teilerfolg freuen. Werder legte nach dem Heimsieg gegen Union erstmals auswärts nach. Duksch trifft traumhaft, Zerni gleicht aus. Duksch besorgte mit seinem Freistoß-Tor den Gästen einen Auftakt nach Maß. Mit viel Gefühl zirkelte der Werder-Angreifer in der siebten Minute einen Freistoß über die Mauer. Vom Innenpfosten prallte das Leder unhaltbar für Wolfsburg-Keeper Pavao Pavan ins Tor, 1-0 für Bremen. In einer temporeichen Partie war Werder weiter am Drücker. Aber Pavan, der den verletzten Kung-Castels vertrat, kratzte einen Versuch von Romano Schmidt gerade so von der Linie, 31. Wolfsburg fing sich allerdings und belohnte sich für viel Engagement. Zerni besorgte mit seinem ersten Tor für den VfL den Ausgleich, 37. Paredes lässt Wölfe jubeln, borre mit Köpfchen. Auch im zweiten Abschnitt war es ein unterhaltsamer Schlagabstausch, zunächst mit Vorteilen auf Seiten der Wölfe. Schlagabstausch 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 Vielen Dank.